Was ihm begegnet, dass er es gut mit dir im Herzen auch sortieren kann, sei du ihm nahe, auch dann, wenn er zu Hause ist, wie hier, segne du ihn bei seinem Erfahrungen, was er macht, ich denke, dass er gut lernen kann. Und deine Liebe erfährt in der Familie, die er aber auch weiß, dass du mit ihm unterwegs bist, der bewohnt mit deiner liebebewussten, jungen Mann heranreifend, der dich lieben lernt und sein Leben ein Stück davon zeugt. Wir segnen auch dir und Adit als Eltern, dass du ihm Weisheit schenkst, ja, dass du mit ihnen bist und er segnest. Wir wollen sie auch unter deinem Schutz. Und auch, Kara, er segne du diese ganze Familie. Amen. Amen. Ich dachte, er wird noch jemanden bekommen von Freunden? Edel? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020